Grüezi miteinander. Heute geht es mit der freien und Hansestadt Hamburg in den nördlichen Stadtstaat der Bundesrepublik Deutschland. Und Hamburg ist in vielerlei Hinsicht eine unglaublich wichtige Hafenstadt für Deutschland. Mit um die 100 konsularischen Vertretungen ist Hamburg grösster Konsularstandort Europas. Und weltweit sind nur noch Hongkong und New York grösser. Diese Internationalität blickt auf eine lange Geschichte zurück. Das erste Konsulat in Hamburg wurde 1570 gegründet, von Österreich. Auch wirtschaftlich ist Hamburg von grosser Bedeutung. Nach Rotterdam und Antwerpen ist Hamburg der drittgrösste Hafen in Europa und ein riesiger Umschlagsplatz für Ein- und Ausfuhren für die gesamte Bundesrepublik. Archäologische Funde belegen, dass das Hamburger Gebiet seit der älteren Steinzeit besiedelt ist, also seit ungefähr 15.000 Jahren. Der Kern Hamburgs liegt auf dem Domplatz. Grabungen zeigen, dass die Sachsen im 7. spätestens im 8. Jahrhundert eine Befestigungsanlage erbauten. Hier bot die günstige Lage den ersten Anwohnern Schutz vor dem Wasser von Alster, Bille und Elbe und erlaubte gleichzeitig Landwirtschaft, Fischfang und Handel. Im frühen 9. Jahrhundert eroberten die Abodriten, ein slawischer Stamm, diesen Platz. Die kennen wir noch aus dem Beitrag zu Mecklenburg-Vorpommern. Bald darauf nahmen ihn die unter Karl dem Grossen nach Norden vordringenden Franken ein und erbauten die Hammaburg. Und diese Hammaburg war die Keimzelle Hamburgs. Damit haben wir nicht nur die Ursprünge der Stadt, sondern auch gleich den Ursprung des Namens kennengelernt. Nämlich Hammaburg. Hamm oder Hamme ist Altsächsisch und bedeutet in etwa Sumpfgelände am Fluss oder in die Marsch vorspringendes Gelände. Und eine Burg war, wenig überraschend, eine befestigte Anlage. In dieser damals kleinen Hammaburg lebten nur einige hundert Menschen. In dieser frühen Entstehungszeit Hamburgs entwickelte sich eine Handwerker- und Kaufmannssiedlung, inklusive Hafen natürlich. Gleich noch zum Domplatz, auf dem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Hammaburg stand. Dass dieser Ort die kulturelle und architektonische Keimzelle Hamburgs ist, ist noch gar nicht so lange bekannt. Auf dem Domplatz in Hamburg befand sich über Jahrhunderte der Mariendom, der ab 1245 in frühgotischem Stil errichtet wurde. Nach 1805 wurde der Dom abgerissen. Später fungierte das darauf befindliche Gebäude als Staatsbibliothek, bis es 1943 so schwer zerstört wurde, dass es vollständig entfernt wurde. Seitdem hatte der Platz, ausser als Parkplatz, keine grosse Bedeutung mehr. Erste umfangreiche archäologische Grabungen fanden erst nach dem Zweiten Weltkrieg statt. In den 1980er Jahren und zuletzt 2005 bis 2006 fanden weitere Nachforschungen statt. Erst das Forscherteam um Rainer Maria Weiss, Direktor des Archäologischen Museums Hamburg, nahm die Erdkrümel aus den verschiedenen Grabungen noch einmal genau unter die Lupe. Die Sensation war perfekt. In diesen Erdkrümeln fanden sie eindeutige Spuren von Befestigungsanlagen, Gräben und Wallresten. Die Hammerburg war somit nach weit über einem Jahrtausend kein Mythos mehr, sondern historische Realität. Zurück aber zu unserer kleinen Siedlung. Die erste wirklich wichtige Bedeutung erhielt Hamburg bereits in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts. Kaiser Ludwig der Fromme, der Sohn Karls des Großen, errichtete 831 das Bistum Hamburg. Und zwar mit einem ambitionierten Ziel. Hamburg sollte Ausgangspunkt für die Christianisierung des Nordens werden. Der Benediktinermönch Ansgar wurde erster Bischof der Neuen Diözese und liess einen Dom erbauen. Kurz darauf erhob Papst Gregor IV. Hamburg zum Erzbistum. Die heidnischen Nordeuropäer liessen sich davon nur bedingt abschrecken. Um 845 überfielen sie Hamburg und zerstörten Burg und Kirche. Aufgrund dieser Schwächung wurde das Erzbistum Hamburg mit dem Bistum Bremen vereinigt. Auch unser Mönch Ansgar zog an die Weser. Die Verlagerung des Hauptsitzes führte dazu, dass die Bremer Erzbischöfe auch die Herren über Hamburg waren. Zwar entwickelte sich Hamburg stetig weiter als Marktort und Hafen, die slawischen Abudriten zerstörten und plünderten den Ort aber mehrfach. Auf der anderen Seite der Alster erbauten die sächsischen Billunger Herzöge zur Grenzsicherung des Heiligen Römischen Reichs gegen die Slaven im 11. Jahrhundert die Alsterburg und die Neue Burg. Mitten in Hamburg zogen also die Sachsen, Dänen, Franken und Slaven Grenzen und erhoben jeweils Ansprüche auf dieses Gebiet. Im 12. Jahrhundert begegnen uns alte Bekannte. Die Nachfolger der Billunger wurden die an der Mittleren Weser beheimateten Grafen von Schauenburg, die der Sachsenherzog Lothar von Sublinburg 1111 mit Holstein und Stormarn belehnt hatte. Die Schauenburger kennen wir natürlich noch aus dem Beitrag zu Schleswig-Holstein. In diese Zeit fällt auch ein Grundstein für die rasante Entwicklung und die Stadtwerdung Hamburgs. Die schon deutlich früher angestrebte Christianisierung glückte vom 10. bis zum 12. Jahrhundert und ebnete den Weg zum Aufstieg der Nordstadt. Erst in dieser Zeit begann Hamburg einen stadtähnlichen Charakter anzunehmen. Die Bevölkerung wuchs, der Handel nahm zu. Gegenüber der erzbischöflichen Altstadt entstand unter dem Grafen Adolf III. von Schauenburg 1188 die Neustadt. Um 1200 lebten in Alt- und Neustadt um die 1000 bis 1300 Menschen. Ein weiterer wichtiger Grundstein für die Entwicklung Hamburgs war der Freibrief von Kaiser Friedrich Barbarossa. Darin wurde den Bürgern der Neustadt freie Schifffahrt auf der Elbe von der Mündung bis nach Hamburg gewährt. Also Zollfreiheit. Das Originaldokument, wenn es das überhaupt gegeben hat, ist leider nicht mehr vorhanden. Lediglich eine Fälschung, die die Hamburger im 13. Jahrhundert selbst erstellten. 1266 wurde dieses Dokument beglaubigt. Es ist bis heute aber nicht eindeutig nachweisbar, ob dieser Freibrief auf mündlichen Absprachen beruhte oder von den Hamburgern frei erfunden wurde, um die Stadtentwicklung voranzutreiben. Den Hamburgern ist das alles herzlich egal. Das Hafenfest findet gemäss der Datierung aus dem Jahre 1189 jeweils um den 7. Mai statt. Um das äusserst günstig gelegene und aufstrebende Hamburg wurde auch um 1200 herum noch ausgiebig gestritten. Nicht nur versuchte Heinrich der Löwe, Hamburg langfristig unter seine Kontrolle zu bringen, auch die Dänen versuchten sich Hamburg als wichtige Nordverbindung einzuverleiben. In diesen bewegten Jahren wuchsen Alt- und Neustadt zu einer Gesamtgemeinde zusammen. Dass Hamburg in die Hanse eine mittelalterliche Vereinigung von Kaufleuten integriert werden konnte, ist vor allem auf die Dänen zurückzuführen. 1220 führten nämlich sie das Stadtrecht ein. Dieses Stadtrecht umfasste unter anderem wichtige Schifffahrtsbestimmungen. 1227 wird diese dänische Vorherrschaft endgültig gebrochen. Nur ein Jahr später trat der Bremer Erzbischof seine Rechte als Stadtherr der Altstadt an die Schauenburger ab. Hamburg konnte sich ganz ähnlich wie Lübeck in die Hanse integrieren und ihre Selbstständigkeit ausbauen. Dazu gehörten auch wichtige Handels- und Bündnisverträge, allen voran mit Lübeck. Das gegenseitige Interesse von Lübeck und Hamburg war so gross, dass die beiden wichtigen Hansestädte über viele Jahrhunderte fruchtbar zusammengearbeitet haben. Keine Selbstverständlichkeit zu jener Zeit. Hamburg wurde zum Umschlagplatz zwischen Nord- und Ostsee. Neue Bewohner strömten in die wohlhabende Stadt. Um 1200 lebten, wie vorhin erwähnt, etwas mehr als 1000 Menschen in der Alt- und Neustadt. Nur 100 Jahre später waren es bereits bis zu 5000. Wir sprechen bis hierhin übrigens nur über einen relativ kleinen Stadtkern, der noch nichts mit dem verglichen damit grossen Bundesland Hamburg von heute zu tun hat. Dazu aber gleich noch mehr. Hamburg sollte sich ganz ähnlich wie Schweizer Stadtorte entwickeln. Das heisst, sie erwarben und eroberten Gebiete, die dann als eine Art Untertanengebiet der Stadt angehörten. Um 1300 kaufte Hamburg die Insel Neuwerk in der Helgoländer Bucht und Ende des 14. Jahrhunderts das Amt Ritzebüttel, das heutige Cuxhaven in Niedersachsen. Damit sicherten sich die Hamburger die Kontrolle über die Elbmündung. 1420 eroberten Hamburg und Lübeck Bergedorf und die Vierlande und regierten und verwalteten das beiderstädtische Gebiet bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, also fast 450 Jahre. Ein ungewöhnlich langes und erfolgreiches Partnerprojekt zweier unabhängiger Städte. Ebenfalls speziell ist das politische und wirtschaftliche Zentrum Hamburgs. Dieses lag die meiste Zeit des Stadtbestehens nämlich nicht an der Elbe, sondern an der Alster. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts schufen Kaufleute, Handwerker und Schiffer einen Bereich am Ende des Nikolai-Flets, der als Alsterhafen in die Geschichte eingehen sollte. Erst als die Schiffe immer grösser und der Hafen zu schmal wurde, verlagerte sich der Hafen vom Nikolai-Flet über den Binnenhafen an die Elbe. Während des grossen Brandes im Jahr 1842 wurde der Bereich des Alsterhafens komplett zerstört. Heute ist von der ehemaligen Struktur des Ortes nichts mehr zu sehen. Mit diesem riesigen und verheerenden Brand hängt auch eine wahre Einzigartigkeit zusammen. Hier, seht mal, das ist keine Zeichnung und kein Gemälde. Das ist tatsächlich eine Fotografie von 1842. Es ist wohl die älteste Reportagefotografie überhaupt und zeigt das vom Brand zerstörte Hamburg. Über viele Jahrhunderte sollte der Rechtsstatus Hamburgs für Streitigkeiten sorgen. Als nämlich die Schauenburger 1459 ausstarben, hing Hamburg zwischen den verschiedenen Gross- und Regionalmächten. Holstein gehörte zum Heiligen Römischen Reich, Schleswig zu Dänemark. Aber auch Holstein kam in Personalunion an das Königreich Dänemark. Die dänischen Könige betrachteten Hamburg als holsteinische Stadt. Aber auch die Kaiser des Reichs erhoben Ansprüche auf Hamburg und betrachteten sie als Reichsstadt. Dieser Streit sollte erst knapp 300 Jahre später enden. Mit dem Gotthorper-Vergleich von 1768 anerkannte Dänemark Hamburg als Reichsstadt. Und Hamburg konnte damit seinen Platz im Reichstagssaal einnehmen. Das erklärt auch bereits den heute offiziellen Namen des Stadtstaates. Freie und Hansestadt Hamburg. Hamburg war eben nicht nur ein wichtiges Mitglied der Hanse, sondern auch eine freie Reichsstadt des Heiligen Römischen Reichs. An diese beiden historischen Umstände erinnert der amtliche Name des Bundeslandes. Hamburg hatte in seiner Geschichte ein ausgezeichnetes Gespür für drohende Katastrophen und war meist diplomatisch und architektonisch gut vorbereitet. Vom grossen Brand Mitte des 19. Jahrhunderts mal abgesehen. Die zentrale Stellung als Hanse- und Handelstadt trug derart stark zur Entwicklung Hamburgs bei, dass sich diese auf Handel, Diplomatie und Eigenständigkeit konzentrieren konnte. Als Keimzelle von Bündnissen und Verträgen mit anderen wichtigen Handelstädten. Auch der fürchterliche 30-jährige Krieg ging an Hamburg mehr oder minder vorüber. Zwischen 1616 und 1625 errichteten die Hansestädter Wallanlagen mit vorgesetztem Graben erstmals auch um die Neustadt. Sondersteuern und Handdienste realisierten das Vorhaben. Und es glückte. Hamburg war bis zur Franzosenzeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts uneinnehmbar und innerhalb der Stadtmauern florierte weiterhin der Handel. 1550 lebten in diesem Ur-Hamburg rund 17.000 Menschen, 1616 bereits 40.000. Hamburg entwickelte sich zu einer der grössten Städte des Heiligen Römischen Reichs. Langfristig sollten nur in Berlin und Wien noch mehr Menschen als in unserer wunderschönen Hansestadt leben. Wie vorhin bereits erwähnt, sprachen und sprechen wir immer noch über das relativ kleine Kerngebiet mit einigen Exklaven. Heute selbstverständlich hamburgische Gebiete entwickelten sich über Jahrhunderte selbstständig. Altona beispielsweise entwickelte sich zunächst unter Schauenburgischer, seit 1640 unter dänischer Herrschaft zu einer Freistädte des Glaubens und der Gewerbetreibenden. 1664 erhielt Altona Stadtrechte, im 18. Jahrhundert wurde es zur zweitgrössten Stadt im dänischen Gesamtstaat nach Kopenhagen. Im Zeitalter der Aufklärung kam es in Altona zu christlich-jüdischen Begegnungen. Es wirkten Juden in den Aufklärungssozietäten mit und das Altonaer Gymnasium öffnete sich 1738 auch jüdischen Schülern. Altona war somit ein Musterbeispiel der Aufklärung und der interkulturellen Begegnung. Diese grundsätzlich fortschrittliche Tendenz galt aber explizit auch für Hamburg selbst. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden in Hamburg Zeitungen, Vereine und Reformen gegründet und hochgezogen, die im Kontext ihrer Zeit sehr modern und progressiv waren. Schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts plädierte der Patriot die bedeutendste moralische Wochenschrift für die Teilhabe von Frauen an der Aufklärung und des Gemeinwesens. Der Zuzug von Menschen führte aber auch zu riesigen Problemen. Vor allem in der Altstadt, später auch in der Neustadt, waren die Menschen gezwungen, dicht an dicht ihre Wohnungen zu beziehen. Die engen Areale wurden Gängeviertel genannt, da sie labyrinthartige Wege aufwiesen. Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts wurde die Bebauung noch enger, sodass selbst Handkarren nicht mehr durch alle Gänge passten. Die Wohnungsnot war derart akut, dass selbst die dunkelsten Hinterhöfe von an der Hauptstrasse stehenden Vorderhäusern bebaut wurden. Grossfamilien lebten auf einer Fläche von 20 bis 25 Quadratmetern. Diese Mietwohnungen waren dunkel, feucht und meist voller Ungeziefer. Besonders verheerend war die Tatsache, dass die Elbe Trinkwasserquelle und Kloake zugleich war. Diese miserablen Lebensumstände führten oft zu Krankheiten. Eine der schlimmsten Epidemien brach in Hamburg im Spätsommer 1892 aus und übertrug sich über einen Erreger im Wasser. Mitte August erkrankten die ersten Hafenarbeiter. Um den Handel aber nicht zu beeinträchtigen, wurden die Krankheitsfälle verheimlicht, bis die ersten Hafenarbeiter starben. Der Senat veröffentlichte eine Zahl von 20 Todesfällen. In Wahrheit lag die Zahl zu jenem Zeitpunkt wohl bereits bei rund 200 Opfern. Der Entdecker des Choleraerregers, Robert Koch, kam am 24. August nach Hamburg und beschrieb die Zustände in den Hamburger Gängevierteln wie folgt. Meine Herren, ich vergesse, dass ich in Europa bin. Ich habe noch nie solche ungesunden Wohnungen, Pesthöhlen und Brutstätten für jeden Ansteckungskeim angetroffen wie hier. Zehn Wochen lang wütete die Cholera in Hamburg. Und die Bilanz ist furchtbar. Etwa 17.000 Menschen erkrankten, knapp 8.600 davon starben. Einen grossen Bruch erlebte Hamburg in den politischen Kämpfen der Revolutionszeit und der Ära Napoleons. Für die Stadt Hamburg, die meist ihre Neutralität bewahren konnte, war es zunehmend schwierig, zwischen den Fronten ihre Stellung zu behaupten. Die Franzosen besetzten das bis dahin uneinnehmbare Hamburg 1806 und gliederten die Stadt 1811 ihrem Reich ein. Hamburg erlebte, wie wir es schon in der Schweiz gelernt haben, durch die Franzosen einen Modernisierungsschub, was Verwaltung und Gesetzgebung betraf. Im März 1813 befreiten russische Truppen die Stadt, im Mai kehrten die Franzosen aber bereits wieder zurück. Das folgende Jahr prägte für lange Zeit das negative Franzosenbild. Hamburg wurde unter Frankreich wieder zur Festung ausgebaut, Wer sich nicht für ein halbes Jahr selbst verpflegen und versorgen konnte, musste die Stadt um die Jahreswende verlassen. Rund 20.000 Menschen zogen fort, etwa 1.100 kamen um. Nach dem endgültigen Untergang Frankreichs wurde die alte Ordnung auch in Hamburg wiederhergestellt. 1819 kam es in unter anderem Hamburg zu massiven antijüdischen Ausschreitungen. Was einmal mehr zeigt, wie nah Hass und Aufklärung manchmal beieinander liegen können, wenn wir uns in Erinnerung rufen, wie aufgeklärt zum Beispiel das nahe Altona schon wesentlich früher war. Hamburg gehörte ab 1815 nach dem Wiener Kongress zum Deutschen Bund und nannte sich bald darauf Freie und Hansestadt. Ab 1871 gehörte Hamburg auch zum Deutschen Kaiserreich. Die endgültige Integration in das Kaiserreich erfolgte aber erst knapp 17 Jahre später mit dem Zollanschluss. In den Jahren zwischen etwa 1860 und 1914, dem Beginn des Ersten Weltkriegs, gelang Hamburg der Sprung von der Kaufmannsstadt zur absoluten Metropole und Weltstadt. 1860 lebten in der Hansestadt etwa 250'000 Menschen. Und diese Viertelmillion Menschen erlebte einen Modernisierungsschub nach dem anderen. Die Trennung von Justiz und Verwaltung, von Staat und Kirche, von Kirche und Schule wurden Realität. Die Abschaffung der Torsperre, also die abendliche und nächtliche Öffnung der Stadttore gegen Zahlung einer Gebühr oder die Einführung der Gewerbefreiheit machten Hamburg zur attraktiven Grossstadt. Der Ausbau der Eisenbahn machte Hamburg bereits knapp zwei Jahrzehnte früher zu einem Verkehrsknotenpunkt im Schienennetz. Hamburg wurde innerhalb kürzester Zeit zum drittgrössten Hafen der Welt nach New York und London und zur zweitgrössten deutschen Industriestadt nach Berlin. Mit der starken Industrialisierung, die im Grossraum Hamburg stattfand, wurde dieses Gebiet zu einer der frühen Hochburgen der Arbeiterbewegung, der Sozialdemokratie, der Gewerkschaften und der Genossenschaften. Mit dem Hafenarbeiterstreik erlebte die Stadt Ende des 19. Jahrhunderts den bis dahin heftigsten Arbeitskampf in Deutschland. In den Jahren 1901 und 1904 wurden die ersten Sozialdemokraten in die Bürgerschaft gewählt. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und dem Beginn der Demokratie auf deutschem Boden verankerte Hamburg im Gesetz über die vorläufige Staatsgewalt 1919, dass die Ausübung der höchsten Staatsgewalt der Bürgerschaft als Vertretung des hamburgischen Volkes zusteht. Im Artikel 2 der Verfassung vom 7. Januar 1921 hieß es dann, die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Zum ersten Mal wurde die Bürgerschaft vor dem Senat eingeordnet. Übrigens nicht verwirren lassen, diese Begrifflichkeiten gelten in Hamburg noch heute. Die Bürgerschaft ist das Parlament und der Hamburger Senat die Regierung. Wie wir natürlich wissen, haben die Nazis 1933 die Macht in Deutschland übernommen. Und selbst im Kaiserreich und in der Weimarer Republik war Hamburg noch lange nicht so gross wie heute. Und besass noch dazu Exklaven. Zum fast heutigen Bundesland Hamburg wurde die Stadt erst durch das Gross-Hamburg-Gesetz von 1937. Das bisherige Staatsgebiet Hamburgs wurde um volkswirtschaftlich wichtige Gebiete aus den benachbarten Landkreisen erweitert. Dazu gehörten die Städte Altona und Wandsbeck in der Provinz Schleswig-Holstein oder Harburg-Wilhelmsburg in der Provinz Hannover. Im Gegenzug trat Hamburg das Gebiet des heutigen Cuxhafens mit seinen Inseln ab und auch andere Exklaven an Preußen. Die Fläche Hamburgs wuchs mit diesem Gesetz von knapp 415 auf 745 Quadratkilometer, also um etwa 80 Prozent. Die Einwohnerzahl stieg um 40 Prozent, von 1,2 auf 1,7 Millionen Menschen. So erhielt Hamburg seine Grenzen, wie wir sie heute noch kennen. Ja, zumindest fast. Denn Hamburg ist nicht komplett zusammenhängend. Im Cuxhaven-Vertrag von 1961 erhielt Hamburg unter anderem die Inseln Neuwerk und Scharhörn zurück. Die verlangte Hamburg, damit sie, falls sie einmal einen Vorhafen oder Tiefwasserhafen errichten wollen, über die nötigen Besitzungen verfügen. Rechtlich gehört der Stadtteil Neuwerk zu Hamburg-Mitte. Auf dieser Insel leben knapp zwei Dutzend Menschen. Die Insel Scharhörn wird von einem einzigen Menschen bewohnt, dem Vogelwart. Durch ihre Bedeutung geriet Hamburg unter der Nazi-Herrschaft und während des Zweiten Weltkriegs in den Fokus aller Seiten. Erst einmal sollte Hamburg, ähnlich wie Berlin, mit gigantischen Bauten bestückt werden. Über das Stadium der Pläne kamen die Projekte nie hinaus. Im Sommer 1943 wurde Hamburg durch Luftangriffe stark zerstört. Etwas 60% des Wohnraums gingen verloren. Mindestens 35'000 Menschen starben in nur zehn Tagen und Nächten. In den Konzentrationslagern Fuhlsbüttel im Norden und Neuengamme im Südosten wurden Menschen systematisch inhaftiert, gefoltert und ermordet. Alleine in Neuengamme und seinen Aussenlagern wurden etwa 55'000 Menschen getötet. An die 8'000 Hamburger Juden wurden ermordet. Geistig Behinderte aus den staatlichen Einrichtungen und den Alsterdorf-Veranstalten fielen dem NS-Mordprogramm ebenfalls zum Opfer. Heute ist Hamburg mit 755 Quadratkilometern das zweitkleinste Bundesland Deutschlands. Mit knapp 1,9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern aber die zweitbevölkerungsreichste Stadt. Nach Berlin. Sie liegt eingebettet zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein an Elbe und Alster. Die kleinen Insel-Exklaven haben wir uns bereits angesehen. Dass Hamburg einst eine der Hochburgen der Arbeiterbewegung war, sieht man bis heute. Es gibt zwar mehrere Bundesländer, in denen Rot-Rot-Grün eine Mehrheit besitzen, aber nur in Hamburg haben SPD, Grüne und Linke sogar eine Zweidrittelmehrheit. Regiert wird die Freie und Hansestadt Hamburg momentan aber nur von SPD und Grünen. Mit Hamburg eng verbunden ist ein legendärer Seeräuber. Klaus Störtebecker. Über ihn ist historisch fast gar nichts handfest bekannt. Und Mythen und Legendenbildung haben es fast unmöglich gemacht, von Realität und Erfindung zu unterscheiden. Er wurde wohl 1401 von einem Verband hamburgischer Schiffe vor Helgoland gestellt und nach einem erbitterten Kampf gefangen genommen. Klaus Störtebecker wurde am 21. Oktober 1401 mit 72 Gefährten vor Hamburgs Hafeneinfahrt enthauptet. Eine Legende besagt, dass ihm vom Hamburger Bürgermeister folgendes Versprechen gegeben wurde. Seine Gefährten stellen sich in einer Reihe auf und an all jenen, an denen er enthauptet noch vorüberlaufen könne, werden verschont. Er soll an elf Männern bereits vorbeigelaufen sein, als ihm der Scharfrichter wahlweise ein Bein stellte oder den Richtblock vor die Füsse warf. Der Bürgermeister brach sein Versprechen und alle Seeräuber wurden hingerichtet. Um Störtebecker ranken sich noch viele andere Legenden und Mythen, von denen keine belegt ist. Das Wappen, das auf das Stadtsiegel aus dem 12. und 13. Jahrhundert zurückzuführen ist, zeigt eine weisse Burg auf rotem Schild. Der mittlere Turm mit dem Kreuz wird als Darstellung des mittelalterlichen Mariendoms interpretiert. Die Sterne über den beiden Seitentürmen gelten als Mariensterne, so nach der Schutzpatronin der Stadt benannt. Das Tor in der Mitte wurde im Laufe der Jahrhunderte mal offen, mal geschlossen, mal mit und mal ohne Fallgitter gezeigt. Bis ins 18. Jahrhundert wurde die Burg rot und der Grund weiss dargestellt. Die jetzige Farbgebung geht auf einen Senatsbeschluss von 1752 zurück. Über diese wunderschöne und sympathische Nordstadt könnte man noch weitere zwei Stunden berichten. Die Sehenswürdigkeiten herzeigen oder die für Fischliebhaber fast schon paradiesische Küche eingehend beleuchten. Ich meine, wem läuft bei einer Hamburger Aalsuppe nicht das Wasser im Mund zusammen? Boah, Pfui Teufel. Nein, keine Häme. Aber mir sind Lebewesen unter Wasser irgendwie suspekt. Ne, jetzt mal ernsthaft. Wenn mich im Wasser irgendwas an den Beinen berührt, ist alles vorbei. Da kriegst du mich nie wieder rein. Wo man mich hingegen sofort reinkriegen würde, ist der Zug Richtung Hamburg, um mir dieses wunderschöne Bundesland und diese Stadt einmal mit eigenen Augen anzusehen. Die freie und Hanse-Stadt Hamburg. Von der winzigen Hammarburg zur Weltstadt. Das Nordlicht Deutschlands. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.